Hallo liebe Freunde und Herzlich Willkommen zu meiner Folge ARK Transformation Wollte ich schon sagen Operation Heiser Mit dem lieben Dizzy und Jones Guten Tag Moin Moin So ich habe mir ein bisschen Unterstützung geholt Weil bei uns läuft es ja mit der Dinosuche eher mäßig Also ich habe schon ein Dodo Und das war es auch Also unsere Lichtdinger sind tot und ich dachte Wir würden uns so einen miesen Revenger Dingsbums zähmen Weil der hat uns letztes Mal gekillt und ich werde seinen haben Ja auf jeden Fall Also ich habe 100 Pfeile 100 Pfeile am Start Na wir haben jeweils 60 Ungefähr Und die Dudes die waren so nett Und haben mir ihren schlechtesten Parasaurus gegeben Den sie finden konnten Von daher habe ich auch was zu bereiten Den sie finden konnten Die Rappen Danke Muss ich mich jetzt echt zusammenreißen Okay Also ich würde sagen wir gehen unterwegs Und ein Zug rein Ja also hier waren ja vorhin keiner Aber wir können nochmal kurz gucken Da waren vorhin eigentlich schon welche Die haben mich da gekillt Also irgendwo da müssen welche sein Ja wir haben schon einige gekillt leider Ja Wir kriegen das hin Ich denke auch Ich bin da zuversichtlich Oh diese Erdbeben ne Aber die Viecher sind halt echt ziemlich krass ne Mit ihrem Blutungsschaden Ja ich glaube auch Das wird schon Und wie der mich angesprungen ist alter Das war ein richtiger Hechtsprung Ich komm nicht hinterher ihr seid zu schnell Ja ich lauf einfach vor und guck schon mal Okay Aber die Richtung waren welche Also Wollen wir da lang Nee hier ist die Klippe Wo wir nicht weiterkommen Dann gehen wir wieder zurück Nein also ich weiß dass da welche waren Da waren richtig viele sogar Okay 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 Dann go go hinter Matschi hier Okay Ich wusste gar nicht das hier Metall ist Das ist gut zu wissen Das ist nämlich gar nicht mehr so weit Das haben wir euch sogar extra stehen lassen Ah Jones wollte das eben wegrippen Ich sag so alter willst du denen das nicht stehen lassen Oh richtige Ehrenmänner seid ihr ja Dankeschön Was höre ich ohne euch Weil hier Weil hier wurde ich vorhin aufgefressen Von denen Okay Was heißt vorhin Ist das schon ein bisschen her Nee nicht so lange Okay 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 Äh ist das schon hier oder war es noch ein bisschen weiter Ich glaub noch ein Stückchen weiter Wow that music Ich kenn Einfach wundervoll Alter was ist das für ein riesen Vieh What the fuck So Oh das ist alter Ist das eine von diesen Ratten Ja genau das ist so eine Rollratte Oh ich war mir gar nicht sicher weil die so groß war Hier da unten sind welche oder Der hat die übers Wasser? Nee ne Pass auf Machi Der hat die übers Wasser rüber? Oh das ist ein Arschvoll Ah da da links sind die richtig Oh die hab ich gar nicht gesehen Ich hab die nach vorne Oh bei Machi Space Oh bei Machi Space hier 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 links 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 Jones links Okay Ach da okay Wir brauchen dich Das ist ein Arschvoll Ich hab doch gesagt es sind welche Ja der kämpft da gerade mit dem Raptor Das ist ein 20er und der hat 4er Mate Da ist ein 80er Der 80er hat mich vorhin gefressen Ausgerechnet der High Level hat mich gefressen natürlich Ja klar klar Ist doch immer so 16 Okay aber tanken wird ein bisschen krass Na warte mal wie viel HP hab ich jetzt mit denen? Den 80er den nehm ich mir Das ist jetzt schon Das ist jetzt schon Call Oder guck mal wir können das anders machen Weil die können zwar springen aber an manchen Also wenn es ein bisschen höher ist kommen sie nicht hoch Ja stimmt Wir könnten uns irgendwo auf dem Pilz hochklettern oder so Ich würde dir so einen Haken geben zum Klettern Ihr habt so miese Haken oder was? Ja genau Okay Dann können wir irgendwo hochklettern und dann können wir von da schießen Weil der Kano hat 2000 HP und mit 1,4 war vorhin fast schon tot Also da haben zwei angegriffen und der war fast tot alter Oder wir holen einen nach dem anderen Oder so Naja die sind ja immer im Rudel da Ja ich weiß aber wenn wir einen ziehen dürfte das ja nicht klappen denke ich Der da ganz rechts ist gerade alleine was hat der für ein Level? Wo ist der denn jetzt? Jetzt sehe ich den nicht Die da sind halt alle hinterm Parasaurus ja Einer kommt schon her oder? Nein Soll ich mal einfach einen anschießen? Ja komm zu Not töten wir ihn halt wenn das kackt wird Dann lass uns die Tiere hier um die Ecke stellen Guck mal lass uns die einfach hier hinten irgendwo hinstellen Warte Und dann klettern wir auf so einen Pilz drauf Warte ich glaube ich Irgendwo hier so wo die nicht ranfahren Warum treffe ich denn nicht? Ich hab direkt War du hacked? Du schießt schon oder was? Ja auf den einen der ist grad voll einzeln eigentlich Okay Der Lobob kommt da ne Oh ich hab einen getroffen Nice Lol ich hab gerade mein Tier weggestellt man Du Lappen Danke Der ist abgedreht der ist einfach weg gerannt Lass das doch schon noch nicht Warte warte er kommt schon Aber du schieß gerade normale Pfeile kann das sein? Nein eigentlich nicht Ich schieß mit Betäubungsfeind glaube ich Aua Ich beiß den einmal damit ich die Agro hab Aaaaah Komm 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 Ich komm nicht weg Euer Lohbhaber geht drauf Nein dann kille ich dir da Nein Okay kille der ist nur 20 schnell Ja der ist Schnell 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 Er ist da unten ok Oh nein weißt du warum? Weil wir nicht in nem Tribe sind und du hast mir die ganze Zeit eine runter gehauen Ja stimmt Oh nein Ich dachte gerade schon Hä? Warum kriegt der jetzt auch immer so viel Schaden? Was ist das denn? Dann wirklich lass uns die Tiere hier Dizzy nach oben stellen Ich geb ihm so nen Haken dann klettern wir hier so nen Pilz hoch Und dann schießen wir von den Pilzen Ah meinst du wir treffen die? Ja wir müssen ja nur einmal die litten Oh hier ist neuer Leuchtdings Hier läuft hier easy So hier ich hab wieder nen OP Tame Das ist schonmal gut OP Tame Ja Wenigstens einen diese Folge Ja ist echt so So hier äh bleib mal kurz bei mir Matschi Okay Warte Hier hast du so nen Haken Dankeschön Oh ich muss Wasser trinken sehe ich gerade sonst verdurstig In the Climbing Pig Wie teuer ist sowas? Kann ich mir das wohl auch machen? Das kostet was gar nicht Ja das ist easy Und wie geht sowas? Einfach äh ziehen und dann mit links klick gegen die Wand halt Und dann siehst du halt immer so nen grünen Bogen Okay 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 ich bin schon oben Tatsächlich Oh hier ist schon ein Skorpion Okay der 40er ist hier Entschuldigung dass ich euch unterbreche Kein Ding Also wenn wir jetzt hier hoch Da unten sind so viele Wir brauchten noch nicht mehr Wo seid ihr denn jetzt verdammt Ich bin neben dir Okay achso okay nice Jones kommst du auch noch hoch? Sag mich wo ihr seid gerade Hier hoch hier hoch Bei dem äh Kanu Ich kletter einfach ganz easy von der anderen Seite hoch Okay Kenn dir Äh Ihr seid hier irgendwo Da Äh ich Ich würd versuchen einen anzuschießen einfach Ja Ich probier auch mal gleich Wir müssen ja nur einen hitten und dann müssten eigentlich alle kommen Ja hoffentlich Okay ich bin auf den Pilz gesprungen Auf den da vorne Die zu treffen das wird krampf alter Oh wow Ich seh die gerade nicht ne die sind da hinter dem Stego oder? Hab einen Hab einen Äh Stego sag ich Kommt der? Der mit dem Alpha-Buff der haut ab Ach die kommen da Die kommen da Okay Ich komm Geht man da falsch an? Kann man da nicht besser runterklettern oder sowas? Kann man runterklettern? Ja Bisschen falsch an habe ich gekriegt Ich auch Aber es ist jetzt nicht so der Ich will Klettern Okay Okay ich weiß irgendwie geht man runter Okay auch mit links klicken Sehr gut Wollt grad sagen ganz normal Alter das ist so ungewohnt Das ist so ungewohnt Okay Wir kommen Ja Ich weiß nicht Ich glaube ich springe gerade nur auf den Felsen Ich hab noch nicht eingetroffen Okay Okay Das war schon fast zu weit Alter Okay jetzt 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 Ah jetzt hab ich mal Jetzt hab ich mal nicht gelandet Nice Der flieht oder? Naja Könnte sein Könnte sein dass er jetzt abhaut Weil der hat schon ein paar gute kassiert eigentlich Okay Easy 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 tame Da haut einer ab Die hauen alle ab weil die so viel Topo haben oder? Ja 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 die kommen wieder Oh bleib hier bleib hier Ich glaub fast nicht Oh mein Gott das ist so schwierig Ja Ich konnte es mir fast Vorstellen dass das ein schwieriges unter Fangen wir Ja Der Boy ist direkt unter mir Alter Warum kann ich mir nicht in die Wand haken und dann schießen? Das wärs ey das wär echte Shit Das wär wirklich nice Das wär wirklich nice Diese Musik ist so episch Ja man Alter das sind so viele Ja das sind so heftig viele Das Problem ist die laufen halt auf seinem Raum drin Oh Gott Oh Gott Oh Gott pass auf Ich hab einfach aufgefressen Nix da Junge Ich kletter hoch Kletter um dein Leben Ok 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 Climbing Jones Alter Wo ist der Lab Oh Gott ich hab voll vorbeigeschossen Wo ist der Lab Uiuiuiuiui Ok ok Ich schieße einfach den nächsten Ich hab keine Ahnung Wir haben so viele angeschossen Ich weiß gar nicht wo die alle sind Die rennen alle hin und her Alter Ich hab den mit dem Alpha-Buff halt bevorzugt Jaaaah so ist das also Gefokust entschuldigen Befokust Gefokust Der hier kommt wieder Oh die können doch hochklettern oder was Also auf den einen Felsen konnten sie hochklettern Oh hier ist einer stuck Oder ist das stuck Oh nein Ich will einfach nur irgendeinen gerade Jaa Einen irgendeinen Er ist down der ist down der ist down Hier ist noch einer Und der rennt mega verwirrt rum Oh War doch auch so verwirrt zu sein Bleib doch einfach mal locker Du alter Keine Ahnung Was auch immer du weißt du Da wenn ich hier hochkomme Alter ich hab beste Schusspositionen hier gerade Ich weiß ich treff den nicht niemals Ich dachte ich hätte Pfeile für die nächsten Jahre gemacht aber Wenn ich weiter so schieße Ich hab wirklich die beste Posi gerade Der stuckt hier auch gerade Hier unten Wenn du von dem Pilz runter spinnst Ist hier noch so ein kleiner Felsvorsprung Ja da haben die gerade Jones abgeholt Ah du hast da einen okay Boah der ist stuck nice Oh doch nicht der hat sich befreit verdammt Komm 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 Wo schießt du auf Alp Hier bei dem Alpha Typen bin ich Links von dem Pilz Wo mir eben drauf standen Ich hab keine Ahnung wo du bist Hier hinter dem Felsen ist Hier unten ist auch einer Oh man du hör doch auch so im Kreis zu rennen Hier sind alle Alter glaube ich Oh nein ich fall runter Oh mein Gott 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 Ich glaub der ist down Ich glaub der Alpha ist down Okay ich muss irgendwie klettern oder sowas Oh oh schneller klettern Bitte Oh das ist so cool wie du klettern Oh ne der ist doch nicht down Der wichst Ich baller einfach alle an die ganze Zeit Ich auch ich auch Also ich versuch einfach irgendwas zu treffen Ja ich treffe aber ich weiß immer nicht welchen Aber Hauptsache die fallen irgendwann nicht Ich glaub ihr habt gerade Agro auf ihr Also alle Agro das ist gut Ja Ich bin auch verdursten übrigens Oh nein Wird dir Wasser geben aber ich weiß nicht Ich hab keine Pfeile mehr War's das alle Okay Und die Pfeilen immer noch nicht Okay Irgendeiner war doch down habt ihr gesagt oder Hauptsache ich werde jetzt in TS angeschrieben oder was Einer ist da Oh nein Ja ehrlich Wer liegt da Ja Gleich ist glaube ich noch einer down Den sollten wir auch gleich haben Den Kollegen Der mit dem Alpha-Buff hat echt gut kassiert also Ey warum treffe ich nicht Weil er von Hunger oder verdrosten Oh nein ich kämpf gleich an Nein nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott nein 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 Ich werd grad gefressen Nein ich werd gefressen Ich werd tot Ich werd tot Übernehme Lass mich zurück Nein Lass mich zurück Da ist der Weg Ah der ist der Stuck der Alpha Scheiße Ich hab noch Sechzehn Pfeile Wenn der Alpha jetzt nicht dran liegt Alter Okay Der ist der Stuck Alter Ja jetzt da raus Okay ich wusste ich wusste irgendwie wieder zu euch glaube Kommt herr Bitches Schaffst du das kommst du wieder? Äh ja ich hoffe Ey die hauen alle ab ne Die hauen echt ab Wenn die zu viel Toe haben dann hauen die die ab Jetzt kommt der Alpha wieder Vielleicht solltest du echt mit dem Kano da rein und ein bisschen Dass sie schießen können Nein Das kannst du vergessen alter mit dem Kano Ich schnetzel den weg Ja Also zwei haben den wirklich vorhin fast weggeschnetzelt Hier der Alpha ist wieder bei mir Ja man ey der braucht nicht mehr viel hundertprozentig Das Ding ist ich bin jetzt Ich bin jetzt wieder da und ich geh da einfach jetzt rein Ist mir jetzt egal komm Okay Der ist ja auch weg gerammt weißt du also der muss ja gleich fallen Ja man Ich schieß mal mit auf den Kollegen hier Ey ich Hab Hitmarker aber so jetzt Okay nice 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 Freunde Fokus nicht Fall doch mal um boy Und er rennt er rennt wieder Hör auf zu rennen Hör auf zu rennen Hör auf zu rennen Wo rennt der denn jetzt wieder hin? Ich geh einfach runter und pack in den hier Landjobs rein einfach schnell Jetzt ist der hier einfach Guck Glenjobs Guck Glenjobs Guck Glenjobs Ich werd gleich so gefressen von dem Ding Jaa Machi Ich sehs Er rennt grad nur im Kreis Hör auf er weg Wird kein was sehen Ihr Junge der hat hundertzehn Food runter Wow Wow nice Okay der ist nur Level siebzehn älter Oh nein ich hab alluzination Nein Und ich ertrink und es passiert wieder so viel Nein Machi Warum Warum ich Team lass mich zurück Komm zu uns Ich bin eh tot Ich bin sowas von tot Mal wieder Zum Glück ist der Weg nicht so weit Nein Nein Oh man ey Das ist echt ne Katastrophe Das ist so eine Katastrophe Aber das ist so Ich hab jetzt nur noch vier Pfeile älter Oh man Ach Also da hätten wir doch ein paar mitnehmen müssen mehr Ach Noch vier hast du? Ja Ja Also ich hab noch vierundzwanzig sogar Oh wow Ja ich hatte ja nur sechzig du hattest ja über hundert ne Ja Ach krass man Könnt ich den reiten? Haben wir jetzt nur einen down bisher ja ne? Einen haben wir down ja Einen haben wir getamed Einen habt ihr getamed? Ja ich reite auch Okay Leute Sonst würde ich sagen machen wir noch ein paar Pfeile und zählen uns noch zwei weitere und treffen uns dann wieder Auf jeden Fall würde ich sagen Okay Ja Ja aber das ist Level 17 man Den schenke ich euch auch Okay dann halt noch einen Okay Komm bis gleich Leute Ja Leute da sind wir wieder Ja und wir haben drei Stück und das war echt ein Kampf Ja Wir beide sind auch nackt und so Ja und warum seid ihr denn eigentlich nackt? Weil wir vielleicht zehnmal gestorben sind oder so Ach ihr seid gerippt? Ja Ihr seid halt nicht so ne Pros wie der Jones Ne nicht jeder kann so gut sein wie der Jones aber auf jeden Fall Ah Wir haben sie jetzt Ich hab den übelsten Lappen der ist Level 70 rausgekommen Dizzy hat ein 71er und Jones hat den Überhannes auf jeden Fall Ne den Überhannes hat sich jetzt Dizzy unter den Nagel gerippt Der Hund Eigentlich hast du den einfach aber Dizzy sein Hund genannt Alter So welches Level ist der? Welches Level war der? Der war 80 ne von dir Und ist welches Level rausgekommen? 100 irgendwas 111 oder sowas Okay und dann will ich Also ich will jetzt erstmal testen was der Gute so kann Aber wir wollen schon mal reden Der Sprung ist schon mal mega nice Pervers ey Guck dir das an Rechtsklick ist so mit der Pfote hauen irgendwie Macht das Schaden? Ja Hast du schon gut getestet? Ja Ich will das jetzt sicher an euch testen Obwohl Oh 108 Ah das ist der High Level oder? Ja okay meiner macht nicht so viel Meiner macht die Hälfte Okay Wir machen eigentlich ja Blutungsschaden zusammen oder? Oh nein! Hitte mich nicht! Oh Gott! Oh Entschuldigung Kein Ding Kein Ding Okay Genau deswegen hab ich nicht zugeschlagen Hälter Wir sind ja gar nicht in der Allianz gerade Achso Das wird noch geregelt Oh das und das und Kram Lord Aber zu dritt ist halt blöd ne Weil wenn wir uns gegenseitig hitten dabei Das stimmt schon Und was ich doch zeigen wollte Ich habe gerade gefunden Perlen Das wird wahrscheinlich auch viele interessieren Wo es hier Perlen gibt in der Map Und das war hier in dem Fluss Ich weiß nicht ob hier noch welche sind Genau hier Ja hier sind sogar noch mehr Hier Ah nice Oh hier ist ein Otter Wir haben einen Aberrate Otter Ich brauch einen toten Fisch da Da ist ein Fisch Er gönnt sich direkt den ersten Otter Aber das ist übel nice Und da wirst du schon direkt vor Perlen sind Also Elektronik sind auch gesichert Ja Haben wir auch im Haus Safe Safe Habt ihr Lust mal gegen so einen Kram Lord zu kämpfen? Was meint ihr? Ja das Problem ist wenn wir jetzt an dem rippen ne Dann haben wir die ganze Scheiß auf uns gemacht Aber von mir aus gerne kein Problem Wir können halt wegrennen oder? Glaubt ihr der ist so übel schnell? Aber der kann uns gleich runter greifen oder sowas ne? Wo ist halt der Otter? Im Trailer sah es halt sehr so aus als wenn er irgendwie Spieler greifen kann Ja Wo ist denn der Otter Boy jetzt? Komm her Junge komm her Keine Chance du kommst eh nicht weg Okay Habt ihr den Otter gesehen? Also ich wäre dafür zu haben Hab aber Angst Ich hab auch Angst Also die Hose auf jeden Fall voll man Also machen oder was? Ja Komm her Okay Der ist Level 20 Hier war noch einer irgendwo Lass doch mal gucken welches Level der ist Ja Okay Junge kommst du? Warte mal ich versuch den Otter gerade zu kriegen Das ist halt ne doofe Idee vielleicht Aber vielleicht ist das auch voll die coole Idee Ja ich denke Hier ist schonmal ein Spino Wollen wir uns erstmal um den Spino klappen Der ist Level 12 Wo bist du rüber? Ah hier ist die Krabbe Die ist 100 Oh 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 Nein 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 Die nehmen wir nicht Die nehmen wir nicht Wo bist du hin? Hier ich bin wieder zurück Okay Dann nehmen wir die 20er oder? Zu dritt sollten wir die 20er schaffen oder? Wo seid denn hier hin alter? Ich denke auch Ach hier seid ihr okay Wir sind wieder da Sind wir alle zusammen? Wo ist denn der dritte? Hier 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 Ja ich sehe ja die Namen nicht Achso Kommt ja Da war ja was Okay wollen wir den irgendwie mit Pfeilen anlocken? Würde ich sagen oder? Okay Ich schieß mal drauf oder? Ja tu es tu es Nicht getroffen doch Kann leider nicht mitwirken Alle Crossbows im Eimer Ich hab echt ein bisschen Angst ne Warum kommt der nicht? Ich will da nicht ins Wasser man Ich hab das Gefühl Dass der da echt die Overhand hat so Ja da sind wir RIP Ja ich glaube auch Komm doch her Komm schon Komm schon Wir wollen einen Kampf einfähren Boah rechts ist 1 Krokodil passt auf ne Also das schwimmt grad in die andere Richtung Äh da wir zähmen den jetzt einfach Wir zähmen den jetzt einfach Easy alter easy tame Ich schieß mit Betreuungsweilen drauf Warte ich hab noch ein paar Ah der ist was down der ist was down Der ist was down Lass ihn gehen Lass ihn gehen Krokodil Krokodil pass auf Okay dann machen wir erst den Krokodil weg Ich muss nur auffassen dass ihr mich nicht hättet Ich geh mal von hinten da dran Lass ihn gehen lass ihn gehen Ich glaub der ist fast down Wo ist der überhaupt hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Alter jetzt schwimmen wir hier durch Und wenn der uns jetzt kriegt alter Der kriegt uns nicht Unter Wasser ist er nicht ich guck gerade Easy ist smart und läuft einfach außen rum Oh Richtiger Könner Ja easy Unter Wasser ist der nicht alter Wo ist der? Ist er geflogen weil die Topo so hoch war? Da hinten Da hinten Wenn du hier gerade aus guckst In meine Richtung guck mal siehste Ne das ist ein Spino Der kämpft da gerade gegen den glaub ich Ne hier hinten ist auch einer Hier ist einer Ist der das? Ne das ist der hunderter Ne das ist der hunderter Ok weg da Ok Den lass du ja Hä wie kann der verschwinden War ist der down? Die Leiche ist der gerippt aber müsste ja seine Leiche hier liegen Ja ich dachte vielleicht sogar bewusstlos Ich hab mit Betreuungsweil geschossen Ne das ist der hunderter hast du gesagt Ja Ja Dort unter Wasser? Ja als ob der einfach verschwindet Ich glaube hier liegt Ne Der ist kein Kraken Ich bin gerade echt beeindruckt Hm Also die Viecher sind schon mega nice Ja ja die neue Viecher Hier überall hoch springen und so Ah ja rechtsklick und linksklick hat nur was zäh Ok Ist gebrüllen Glaub ich Ja Ok nein Leider gibt's kein Buff Ich hab eigentlich gedacht Ähm wir buffen uns nicht Das sieht echt aus wie so ein Jutyrandos schrei Sieht das ein bisschen aus Ja ja Also auch wenn wir den jetzt verlieren Ich dachte von dem kriegen wir vielleicht irgendwas cooles oder so Ja Aber das Ding ist Hei Ne Du denkst drüber den hunderter nach ne Ich denke Ich denk mir eh drüber nach weil wir haben echt nur mit ein paar Pfeilen drauf geschossen Und der war echt ziemlich blutig der Kollege Ok Ich weiß nur nicht ob das eine gute Idee ist Weil ich nicht weiß ob der uns da runter greift oder solche Späße Auf was klopst du da gerade? Auf dem Raptor Ok ok Und der Raptor ist für mich schon so ein halber Endboss Lass mal ein bisschen weiter rein und gucken ob wir noch einen finden Ich will einmal gegen so einen Kämpfen Ok Oh du hast mich Aua Oh man ey Sorry Ich raff das ich vergesse das als dass wir nicht in einem Tribes sind Weg mit dir Ich glaube der Linkskling ist effektiver weil du da schneller schlagen kannst nacheinander Genau Können sie? Ja und wo seid ihr denn? Wie immer noch da drüben? Ja wir laufen gerade ein bisschen weiter runter Oh mein Gott warum werde ich denn von allem angegriffen? Ja genau Wenn ich überhaupt bis zum nächsten Ding komme Warte 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 auf uns Alles gut alles gut Du siehst deinen Mund alter Ja Du Ist so alter Der andere ist meins alter Ja ok ok alter ok Gönn dir Wichser alter Hey! Oh sorry alter Was hast du gesagt? Ich meinte du Du Orchidee Achso Du Orchidee Du Du Victor habe ich gesagt Ok ok Wisse das ist erlaubt natürlich Victor Ja Als Opfer Als Opfer Als Opfer oder was? Hast du studiert oder was? Das war richtig mies alter Leute Seid lieb in einander ok Ok Ich habe ihn gelesen Ich studiert alter Aber diese 100er Krabbe 48 48 48 Was haltet ihr da so von? Bin für alles zu haben Was Jones ist glaube ich der vernünftigste gerade in der Runde Da unten ist noch einer der ist 36 Komm 36 klingt nach Klingt schmackhaft Komm mit Können wir doch irgendwie halbwegs gut runter springen Ah ja Ja geht Dornen sie? Ja ich bin schon fast unten alter was denkst du Ah ok ok Glaber still alter Easy Ist das Ding schon down? Das ist schon down oder? Der ist schon down ja Die Sarkos haben den aufgefuttert Warum sind die jetzt so? Lass mal gucken ob der was gedroppt hat Oh ja Weil vielleicht hat der irgendwas cooles Die kriegen keinen Fallschaden oder? Ich Ich spring jetzt einfach runter Also ich Ich auch mal Nein man Ne die kriegen gar keinen Fallschaden oder was? Nice alter Oh mein Gott das ist so gut Das ist richtig gut Bestes Fortbewegungsmögliche glaube ich äh Fortbewegungsmögliche glaube ich Was sagst du da? Worte Wo kommen diese Worte her? Äh Ja dann den 48er ne Leute Ja Easy Ich darf halt nicht so viel bei euch mitmischen leider Aber 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 wenn ich auf der anderen Seite bin vielleicht schon Was greife ich jetzt schon wieder an? Piranha So weiter Leute weiter Go team go Go team go Wo ist der Jones? Da hinten Ich bin hinter euch ja ja Okay seid ihr bereit? Team Arbeit Team Arbeit Team Arbeit Okay ich würd den wohl unlocken wollen Mit deutschen Raptor Raptor Okay im Wasser kümmern Okay okay das ist nicht gut Aua Aua So viele böse Piranhas Aua Aua Pass auf dich auf Mati Der kämpft schon wieder gegen zwei Sarkos Warum sind die so? Äh Ich weiß nicht was hier grad passiert Ich will hier aber nicht sein Aua 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 üz Nein oh NeIN Was? Der hat mich da runter gezogen Ich wusste es nicht ich krieg ja keine Meldung Aua krass Okay okay Rette den Hund Rette den Hund Wie denn ich kann den nicht ziehen Hä wieso nicht Deinen nicht also unseren hab ich ja Aber deinen Ja nein ich hab Meinen ich hab einen Alles gut ich satt auch einen Okay ok unseren hab ich ja gerettet jetzt Oha Okay sieh du hast das Testobjekt gut du hast bestanden dass Ey das sieht krass aus und es war als wenn der nicht da durch die Gegend wirbelt Stiftung Krabbentest hast du auf jeden Fall gewonnen, Alter. Stiftung Krabbentest, Alter. Als ob das so geil war. Oh, hier ist ein neuer Leuchti-Lord. Okay, dann gönn dir. Tschüss. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich mit Dizzy und da machen wir Schluss, oder was? Ja, würde ich sagen. Okay, dann bis gleich. Wir sind wieder heile zu Hause angekommen, haben alles geschafft. Wir haben unseren Hund hier gezähmt. Gott sei Dank. Und ich würde sagen, wir wenden hier mal die Folge, oder? Auf jeden Fall. Das war genug Action für eine Folge, glaube ich. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr euch sehr über eine positive Werte freut, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss. Tschüssi.